Moin Moin Seacroods Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seacroods Kanal, dem Infotainment Portal rund um World of Warships und heute gibt es wieder Info von uns, willkommen zum dritten Teil unserer Videoreihe CV-Rework und ja, ich denke, das wird auch der letzte Teil zu diesem Rework sein. Wir wollen uns heute befassen mit den japanischen Trägern, den US-Trägern, allen Premium-Schiffen, also Premium-Trägern im Spiel, unter anderem auch der Graf Zeppelin und Kompensation ist großes Thema. Was bekommt ihr, wenn ihr ungerade Flugzeugträger erforscht habt, weil ihr werdet ja quasi zurückgestuft auf einen Träger der Stufe niedriger und ja, was bekommt ihr, wenn? Ihr gar keinen Träger mehr spielen wollt, weil euch das Gameplay, was Wargaming jetzt hier entwickelt hat, überhaupt nicht mehr passt und ihr am besten alles loswerden wollt. Ihr wollt auch die Premium-Träger alle abschieben und so weiter. Das werden wir euch in diesem Video kurz erklären. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und ich wünsche mir jetzt schon von euch möglichst viele Kommentare. Ich möchte gerne wissen, worauf freut ihr euch oder freut euch überhaupt nicht oder wo habt ihr eher Bedenken? Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da am Ende des Videos in die Kommentare eure Meinung postet. Bitte nach Möglichkeit auch ein bisschen konstruktiv, das würde mich sehr freuen. Okay, fangen wir direkt an. Japanische Träger ist der erste Teil. Also, Schlachtflugzeuge werden jetzt neu ins Spiel kommen. Das sind diese Flugzeuge, die Raketen unter den Flügeln tragen und zwar HE-Raketen. Und jetzt ist so die Herausforderung gewesen, die ganzen Nationen so ein bisschen unterschiedlich zu machen. Und wir wollen jetzt in dem Video hier so ein bisschen herausarbeiten, wo denn die Unterschiede liegen zu anderen Flugzeugen, zu anderen Nationen oder zu anderen Trägern, weil die Premium-Träger sich in verschiedener Art und Weise unterscheiden. So, direkt kurz angefangen kann man sagen, hier bei der Hoshu, bei der Riju, bei der Shokaku und bei der Akurio gibt es halt immer mehr Flugzeuge pro Staffeln und die Fluggruppe ist dann die Gruppe, die immer angreift. Also, diese Anzahl der Flugzeuge löst sich dann aus der Staffel heraus und dann sind halt hier noch drei Flugzeuge, hier sind es dann wieder zwei und da sind es drei. Hier seht ihr dann die Bewaffnung pro Flugzeug. Also, dreimal zwei Raketen, zweimal vier Raketen, zweimal sechs und am Ende dreimal acht Raketen. Besonders schön ist, oder wie soll man das sagen, die Zielmarkierungen sind besonders klein, sind aber anfällig für Korrekturen, aber die Flugzeuge besitzen relativ wenig Trefferpunkte und haben eine relativ langsame Geschwindigkeit, immer zum Pendant zu den Amerikanern. Bei den Sturzkampfbombern ist das ähnlich. Die Japaner haben AP-Bomben bekommen und keine HE-Bomben, das ist nachher nur beim Premium-Träger ein bisschen anders und auch hier kann man sehen, dass man hier 2-2 und 3-3 nachher an Bomben hat, die sich aus der Staffel lösen. Am Anfang sind es sechs, hier bei der Tierstufe vier und sechs, bei der achter Tierstufe sind es neun und dann haben wir schon zwölf in einer Staffel und jedes Flugzeug trägt eine Bombe nur, weil das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, die man eben verändern kann. Wichtig bei der einzelnen Geschichte ist, dass die Bombenabwurftechnik viel komplexer geworden ist. Die AP-Bomben sind eine sehr, sehr starke Waffe und müssen aus relativ hohem Winkel, also bevor dieser Sturzflug beginnt, relativ weit oben abgeworfen werden, um zum Beispiel Schlachtschiffe, also Schiffe mit hoher Panzerung zu durchschlagen. Wenn ihr das aber bei Kreuzern und Zerstörern macht, dann werdet ihr nur Overpants landen. Da muss der Anflug relativ lange durchgeführt werden, also bis kurz vorm Ziel und nur ganz flach sozusagen abgeworfen werden, damit ihr eine Chance habt, vernünftig Schaden mit diesen Waffen auf leicht gepanzerten Schiffen zu machen. Also, da müsst ihr gut drauf achten. So, und dann kommen wir zu den Torpedobombern, die die besondere Waffe bei den Japanern sind, denn sie sind die Flugzeuge, die die wenigste Sichtbarkeit haben. Also ihr könnt sie nachher runterskillen bis auf 6,1 Kilometer. Das ist recht heftig. Und die Torpedos haben den höchsten Schaden im Spiel, nämlich 10.333 Trefferpunkte. Ist natürlich Alpha-Damage. Ja. Torpedos können hier bis zu 8 Kilometer Reichweite haben. Das kommt oft darauf an, welchen Typ ihr hier an den Torpedos wählt. Es gibt nämlich bei deinem 10er Flugzeugträger dann zwei Möglichkeiten. Ihr könnt einmal eine Staffel starten mit zwölf Flugzeugen, aber wenn ihr dann den Angriff durchführen wollt, lösen sich nur zwei Flugzeuge. Das heißt, ihr habt nur sechs Kilometer Torps, ja, und ihr müsst natürlich dementsprechend nah ran an die Schiffe, eigentlich der Flugabwehr aussetzen und so weiter. Und dann gibt es eine zweite Variante bei den Torpedobombern. Da startet ihr auch mit zwölf Flugzeugen, aber habt dann immer vier Torpedos, also vier Flugzeuge, also auch vier Torpedos unter dem Flugzeug und könnt ihr dann entsprechend abwerfen. Und die schwimmen eben acht Kilometer weit. Und dadurch, dass die Flugzeuge nur auf sechs Kilometer aufgehen oder 6,1 Kilometer aufgehen, habt ihr unter Umständen sogar die Chance, verdeckt Torpedos abzuwerfen. Also ein bisschen Übung und ja, das kann also ein böses Erwachen geben, wenn da vier Streifen plötzlich im Wasser aufgehen und die Torpedos dann vor dem Schlachtschiff, was möglicherweise gebeacht ist oder sowas in der Art, dann erscheinen. Oder ihr schätzt einfach gut ab, in welche Richtung die Schlachtschiffe fahren. Ich tue mich damit ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer. Ich habe es auf dem Testserver ausprobiert. Ihr seht gerade ein Video, wo ich das unter anderem gleich am Anfang ausprobiert habe, auf Distanz zu torpen. So. Und jetzt kommen wir dann ganz kurz in Richtung Gameplay. Wir sind jetzt hier auf dem Testserver und ich möchte euch das hier nochmal zeigen. Das hier ist jetzt der T10-Träger, die Hakurio. Und hier habt ihr halt die Auswahl. Wir haben hier dann 1677 Trefferpunkte bei dem Schlachtflugzeug. Das ist das Ding mit den Raketen. Eine Dreier-Anfluggruppe, 12 pro Staffel und 8 Raketen sind das eben pro Flugzeug, die ihr dann da abschießen könnt. Macht Sumasumarum 24 Raketen bei einem Angriff, die ihr da absetzt. Neun Kilometer weit ist eure Staffel ungeskillt sichtbar. Und ihr habt ein Alpha-Damage und das ist ganz interessant. Das können wir uns mal im Hinterkopf bewahren. 3000 Punkte. Hier ist dann die Staffel mit den zwei, wo die Torpedos nur 6,7 Kilometer oder 6 Kilometer weit schwimmen, so rum. 203 Knoten schnell, 10.333 Trefferpunkte. Und ja, da sind wir jetzt noch bei 6,7. Erkennbarkeit, das wie gesagt ist ungeskillt. Das hier ist dann die Möglichkeit, dass man eben rüberskillen kann zu diesen vier angreifenden Flugzeugen, wo wir dann 8 Kilometer weite Torps haben. Und hier haben wir dann die AP-Bomber, die dann auch fast 2000 Trefferpunkte haben. 8500 ist der Alpha-Damage für die Bombe. Und hier kann man sich dann noch mal die Werte angucken. Es gibt aber in Zukunft eine Scharfschaltungsdistanz. Die habe ich bis jetzt eben noch nicht erwähnt. Und das ist der Unterschied. Die AP-Ana haben da eine besondere Herausforderung, weil ihr hier über einen halben Kilometer weite Scharfschaltungsdistanz habt. Also ihr müsst relativ weit vorher eure Torpedos abwerfen. Ihr habt zwar eine sehr mächtige Waffe vom Alpha-Damage her gesehen, aber ihr müsst auch einigermaßen gut vorhalten können, abschätzen können, wo das Schiff möglicherweise hinfährt. Diese Sache ist bei den Torpedos, die sogar weit schwimmen, also 8 Kilometer, ist die Scharfschaltungsdistanz noch größer, nämlich der Doppelte. 12.008 Meter. Also 1,2 Kilometer müsst ihr noch weiter abschätzen sozusagen. Wie soll ich das ausdrücken? Wenn in diese Scharfschaltungsdistanz ein Schiff reinfährt und gegen diese Torpedos fährt, aktivieren die sich nicht. Das heißt, die explodieren nicht, die prallen ab und das war's. So kann man das ausdrücken. Ein Torpedo ist nicht scharf und damit hat sich die ganze Geschichte erledigt. Gut, das waren die Japaner. Kommen wir dann mal zu den Amerikanern. Scrollen wir einen Ticken weiter runter. Die Amerikaner sind prinzipiell relativ robust aufgestellte Flugzeuge. Und ja, fangen wir direkt oben an. Gehen wir weiter mit diesen Schlachtflugzeugen. Es gibt eine relativ hohe Geschwindigkeit, also gerade im Verhältnis zu den Japanern wie vorher, sind die Flugzeuge eben tatsächlich relativ zügig unterwegs. Und sie haben die Möglichkeit, andere Raketen zu montieren. Ihr seht es hier schon, nämlich wir gibt einmal diese Hava 127 Millimeter und dann gibt es die Tiny Tim. Ja, also am Ende kann man hier, wenn man das so sieht, drei Flugzeuge A12 Raketen pro Flugzeug, also 36 Raketen mounten. Oder man hat eben drei Schlachtflugzeuge A3 Raketen, also neun Tiny Tim Raketen. Ja, das ist so eine besondere Eigenschaft der Amerikaner. Sehr hohe Geschwindigkeit der Flugzeuge, viele Raketen, aber wenig Damage. Bei den vielen Raketen ist eben eine große, höhere Streuung, treffen nicht alle und so weiter. Außerdem ist der Alpha Damage da auch geringer. Und die Tiny Tim Raketen, da ist die Menge der Raketen kleiner, aber der Damage pro Rakete viel, viel höher. So, und dann kommen wir weiter zu den Sturzbombern. Die Sturzbomber, die haben hier HE Bomben dabei und verursachen somit natürlich eine Menge Schaden, weil die HE Bomber ja eigentlich immer Schaden machen, wenn die Bombe eben auftrifft. Und hier gibt es dann zwölf Bomber pro Staffel, drei Bomber pro Fluggruppe und jedes Flugzeug hat zwei Bomben dabei. Das heißt, ihr habt da sechs HE Bomben und das schon ab Tierstufe acht. Ja, hier vorne ist es nur eine Bombe bei Tierstufe vier und sechs. Aber man sieht schon, in welche Richtung man sich da bewegt. Und ja, das ist die Sache. Bei den AP Bomben ist dieser Abwurf natürlich ein bisschen schwieriger. Bei den HE Bomben ist der Abwurf viel einfacher, weil wenn man das Ziel trifft, macht man Schaden. Ja, und bei den AP Bomben ist es halt wirklich schwierig. Man muss den richtigen Winkel treffen und für das richtige Ziel im richtigen Moment abwerfen. Und selbst dann können die Bomben halt auch immer noch daneben gehen, weil die Ellipse relativ groß ist. All so dazu berücksichtigen. So, wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass die HE Bomben der Amerikaner eine relativ große Brandwahrscheinlichkeit haben. Und dann kommen wir schon zu den Torpedo Bombern, die die Amerikaner hier haben. Die sind ja auch sehr, sehr robust. Also die Torpedo Bomber halten sehr, sehr viel aus. Aber die Zieleinrichtung ist sehr langsam. Also bis sich diese Ellipse, hier kann man das gut sehen, von weit gefächert auf schmal gefächert zusammenzieht, dauert ein bisschen. Man muss relativ lange konstant ohne neue Flugkorrekturen fliegen, damit das so eng wird. Und das kann sich noch enger bilden. Also das ist jetzt hier noch nicht mal der maximalste Bereich. Das geht nachher ein bisschen enger zusammen. Also wie so ein A eher, anstatt wie so ein V. Jetzt ist ja noch ein V, könnte man sagen. Ja, wie gesagt, die Knoten sind nur 35 und nicht 50 wie bei den Japanern. Und die Torpedos kommen auch nur vier Kilometer. Dafür ist die Scharfschaltungsdistanz aber viel, viel kürzer. Und das schauen wir uns jetzt natürlich auch wieder im Test-Server kurz an. Und ich möchte hier mal direkt auf die Torpedos eingehen. Wir haben hier eine Scharfschaltungsdistanz von 517 Meter. Eben bei den Japanern waren es 604 Meter oder 1208 Meter. Je nachdem, was man eben benutzen möchte. Torpedos schwimmen relativ langsam, aber ihr werft auf T10 nachher sechs Torpedos mit einem Anflug ins Wasser, wenn euch nicht irgendein Bomber abgeschossen wird auf dem Anflug. Ihr habt relativ gute Trefferpunkte. 2200. Da sind die Japaner doch ein Stückchen zurück. Zumindest irgendwie knapp 100, 150 Punkte. Und das ist für Flugzeuge dann schon relativ viel. Das muss man einfach mal so sagen. Weil, ja, der Schaden ist jetzt nicht so übermäßig. Also wir reden da jetzt nicht immer von 5000, 6000, 7000 Trefferschellen, sage ich es mal, die ihr da erhaltet. Mit einer Flak erhält man in der Regel weniger. Außer man fliegt durch die schwarzen Explosionen durch. Dann hat man ein Problem. Gehen wir hier vorne noch mal auf die Raketen ein. Hier sind jetzt die Hava. Da kann man gut sehen. Trefferpunkte 1916 pro Flugzeug. 238 Knoten ist die Fluggeschwindigkeit dieser Staffel. Und Geschwindigkeit spielt hier eine gute Rolle. Denn mit Geschwindigkeit könnt ihr dem Flakfeuer ausweichen. Ihr kommt schnell aus der Flakfeuerzone wieder raus. Ein bisschen zickzack fliegen. Motorboost benutzen. So eine Sachen sind sehr, sehr hilfreich, um zu helfen, da unbescheid wieder rauszukommen. Oder ihr benutzt eure Jägerstaffeln. Ihr könnt nämlich ja mit der Taste T den Verbrauchsmaterial Jäger programmieren. Und wenn ihr die Raketen abgefeuert habt oder die Bomben oder Torpedos und gleichzeitig die Taste T drückt, dann kommen die Jäger und die kreisen dann über dem Feindschiff. Die Artillerie ist aber so eingestellt, dass immer die nach Möglichkeit die nächsten Flugzeuge angegriffen werden. Ja, das heißt, wenn ihr abgeworfen habt und ganz nah dran seid, werden wahrscheinlich die Flugzeuge angegriffen, die über diesen Flugzeug, also über dem Schiff, was ihr angegriffen habt, kreisen. Das heißt aber nicht, dass das Flakfeuer sofort umgewendet wird, weil die Jäger ja auch einen Moment brauchen, bis sie da sind. Aber wenn sie dann da sind, könnt ihr euren zweiten Angriff fliegen und ihr werdet wahrscheinlich deutlich weniger Schaden erleiden und eure Torpedos viel sicherer und besser platzieren und damit mehr Schaden machen. Das ist vielleicht ein Tipp, den ihr euch mal auf dem Live-Server dann angucken könnt. Ja, braucht ein bisschen Geschick. Am Anfang ist das ja alles neu, aber mit der Zeit kriegt man das dann hin. Nächste Sache ist hier die Tiny Tim Raketentypen. Die haben halt weniger Raketen dabei, aber ja Alpha Damage sind 5400. Ja, merken uns nochmal, die Japaner hatten 24 Raketen, jeder Rakete hat 3000 Alpha Damage. Die Tiny Tim Raketen haben eben dann bestenfalls neun Raketen, weil ihr habt ja eine 3er Staffel, A3 Raketen. Die haben dann 5400 pro Rakete und hier hatten wir dann bei den Amerikanern 36 Raketen, wo der Höchststand 2000 Alpha Damage ist. Also da sind die Japaner so ziemlich dann in der Mitte, so einigermaßen in der Mitte, sagen wir mal so. Und ja, das ist das zu den Raketenflugzeugen. Dann hier nochmal der Alpha Damage der Amerikaner. 5400 Trefferpunkte hat jeder Torpedo der Amerikaner. Also werden auch viel, viel mehr Torpedos benötigt, um den gleichen oder an den gleichen Schaden wie den Japaner zu machen. Das ist hier quasi die Hälfte von dem, was die Japaner an Alpha Damage haben. Und dann haben wir hier noch die HE-Bomber. Die haben 11200 Alpha Damage. Das ist ein beachtlicher Wert. So viel haben nicht mal die AP-Bomber, aber dafür können die AP-Bomber eben die Zitadelle treffen und während der HE-Bomber nicht können, um es mal so einfach auszudrücken oder viel, viel schwieriger können. Und da wird ja sofort explodiert, sobald man eigentlich einen Widerstand hat. So. Und hier sieht man dann auch nochmal die Brandwahrscheinlichkeit. 64% HE-Brandwahrscheinlichkeit, das ist schon eine krasse Hausnummer. Hier sieht man dann auch nochmal die Verbrauchsmaterialien. Immer hier, das ist Motorboost, das sind die Jäger. Und hier hat man die Reparaturmannschaft, die wie bei den Japanern, bei den Torpedobombern beheimatet ist. So, wieder zurück. Und jetzt kommen wir dann schon zu den Premium-Trägern. Die haben sie nämlich jetzt hier auch veröffentlicht. Und da haben wir die Kaga. Kaga wird jetzt von T7 auf T8 hochgestuft und es wird ein, wie soll man das sagen, Masse-Stadt-Klasse-Träger. Also, es wird sehr, sehr viele Flugzeuge geben. Das Flugzeug hält drei Staffeln komplett startbereit auf dem Deck. Das heißt, sie haben 36 Flugzeuge Sturzkampfbomber, 36 Flugzeuge Torpedobomber und 24 Flugzeuge Schlachtflugzeuge parat. Die Trefferpunkte der Flugzeuge sind aber super, super wenig. Also, auch im Vergleich zu den Trägern, die wir jetzt bereits schon gesehen haben, werden sie sehr, sehr wenige Trefferpunkte haben. Das heißt, die Flieger gehen einfach schnell vom Himmel. Aber ihr habt eben nicht dieses Problem, dass ihr out of planes geht, sozusagen. Also, dass ihr keine Flugzeuge oder keine vollen Staffeln mehr starten könnt. Sondern hier sind ganz schnell die Staffeln immer wieder, also, hier sind zumindest nicht genug Reserve-Staffeln an Bord. Die Vorbereitungszeit wird aber trotzdem ein bisschen länger dauern. Gut. Und sie bekommt HE-Bomben. Eigentlich gehört bei den Japanern ja die AP-Bombe jetzt in dem neuen Gameplay dazu. Hier sind es aber dann die HE-Bomben. Und die Kaga hat als T-8-Träger auch nur T-8-Flugzeuge. Ganz anders als die Saipan, zu der wir nämlich jetzt kommen. Die Saipan ist auch ein T-8-Flugzeugträger, wird aber T-10-Flugzeuge bekommen. Das heißt, das ist im direkten Vergleich dann mit der Akurio und was ist der T-10-Träger bei den Amis nochmal? Die Midway. Genau. Also, kann die da voll aus dem Vollen schöpfen, sozusagen. Aber die Staffelgrößen sind dafür dann eben wieder minimierter. Und ja, das ist so ein bisschen das, was das ausgleichen soll. Ja, man hat weniger Flugzeuge parat, aber man hat dafür T-10-Flugzeuge, die ja schon von Weg aus oder von Hause aus mehr aushalten. Der nächste Punkt ist dann die Enterprise. Und da kann man sich ja schon überlegen, was soll man denn jetzt noch alles verändern, damit die Enterprise auch noch eine Daseinsberechtigung hat? Ja, also die Enterprise hat wieder schwache Flugzeuge, also eher so wie die Kaga. Und dafür ist aber die Vorbereitungszeit der einzelnen Flugzeugstaffeln der Punkt, wo die Enterprise richtig gut ist. Also, die Dauer, wie lange Flugzeuge brauchen, um wieder parat an Deck zu stehen, die ist bei der Enterprise deutlich minimiert und macht es sehr, sehr, ja, sehr, sehr interessant. Weil selbst wenn man halt Flugzeuge verloren hat, diese sehr schnell wieder da sind. Und man kann dann darauf ausgehen, dass man eben zum Beispiel, schreiben sie es hier auch, Zerstörer jagt. Weil man eben zwölf Flugzeuge in einer Staffel hat, drei Flugzeuge greifen an und davon sind dann drei Granaten pro Flugzeug unterwegs, was halt auch ziemlich geil ist, ja, um es mal so auszudrücken. Das sind dann, glaube, müssten die Tiny Tim-Raketen sein. Sind das die schon? Ah, weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau. Hier oben sind es die Tiny Tim-Raketen. Die Saipa verflügt über die schlagkräftigen Tiny Tim-Raketen, die die meisten Panzerungen, die meisten Schiffe leicht durchschlagen können und große Schäden verursachen. Bei der Enterprise ist das dann eben nicht so. Aber die Enterprise hat AP-Bomben statt HE-Bomben. Die Amerikaner haben ja eigentlich die HE-Bomben bekommen. Und hier ist aber bei der Enterprise die AP-Bombe drin. Wer also mit den AP-Bomben richtig gut ist und wer damit übt, der kann damit also richtig schön Damage machen. Wobei die AP-Bombe hier nicht eben nicht ganz so stark ist, wie die AP-Bombe der Japaner. Das heißt, auf Kreuzern soll sie wohl besonders effektiv sein. Steht zumindest hier. Ich persönlich konnte die Premium-Flugzeugträger ja nicht testen und bin hier auf die Informationen von Vogue Gaming auf ihrer Seite angewiesen. Und der nächste Punkt von den Flugzeugträgern her ist dann die Graf Zeppelin. Der einzige deutsche Flugzeugträger im Spiel, die wohl eine sehr gute Sekundärbewaffnung hat. Das spielt aber aktuell ja noch nicht so eine große Rolle. Ich bin mal gespannt, weil in Zukunft man ja die Träger häufiger vielleicht auch mal direkter steuern wird. Ja, gerade wenn man vielleicht auf Staffeln wartet, die dann vorbereitet werden müssen oder so eine Sachen. Und da kann die Graf Zeppelin den Unterschied ausmachen, weil sie relativ gut gepanzert ist und mit einer guten Sekundärbewaffnung vielleicht den einen oder anderen kleinen Zerstörer, der nur noch wenige HP hat, schnell rausnimmt. Wer weiß das schon, wie das dann in Zukunft so alles laufen wird. Prinzipiell kann man zur Graf Zeppelin sagen, sie sind schwach, die Flugzeuge haben wenig Trefferpunkte, sind dafür aber die schnellsten im Spiel. Ja, also sie sind super schnell unterwegs. Da sind wohl auch mit Motorboost Geschwindigkeiten von 280 Knoten möglich. Und das ist schon richtig heftig. 280 Knoten. Meine Fresse. Da muss man schnell wieder abbremsen, um überhaupt einen vernünftigen Anflug machen zu können. Das liegt auch darin, dass die deutschen Motoren einen doppelten Motorboost haben. Also der Motorboost wirkt doppelt so stark. Ja, wenn man diese Sache dann noch boostet durch verschiedene Skillungen bei Kapitän oder beim Schiff, dann kann man ja richtig krasse Geschichte bekommen. Die Sturzbomber der Graf Zeppelin haben eine AP-Bombe. Das ist halt auch wieder was besonders. Und die Vorbereitungszeit des Angriffs mit der AP-Bombe ist relativ gering. Außerdem haben wir natürlich was Spaß geht für den Sound sozusagen. Das sind nämlich die Sirenen der Sturzkampfbombe. Die Jericho-Sirene, die da bei den Bombern verbaut waren. Aber die wird auch wieder hier im Spiel integriert. Und ja, für mich persönlich, rein für mich persönlich, werde ich mir die Graf Zeppelin holen, sobald sie im Store verfügbar ist. Ich persönlich mag natürlich auch das CV-Reverk. Ich habe es auf dem Testserver hoch und runter gespielt, einiges ausprobiert und so weiter. Bin ein bisschen persönlichen Fan davon, aber ich möchte hier trotzdem möglichst neutral euch darstellen. Und so kommen wir jetzt schon zum nächsten Punkt und zwar der Kompensation. Das alles für Leute, die sagen, okay, ich bin mit diesem neuen Gameplay nicht einverstanden oder was passiert eigentlich mit meinen Trägern, die nicht auf einer geraden Tierstufe sind. Die werden ja aus dem Spiel vorerst entfernt und sollen eventuell möglicherweise, man weiß es nicht genau, wiederkommen im Spiel später mal als anspruchsvollere Trägerversion. Aber kommen wir mal zum, ja, zu den Regeln für den Schiffsersatz. Man kann hier quasi schon mal pauschal sagen, ihr werdet prinzipiell nichts verlieren. Ihr werdet die Credits und die Free XP, also die EP, die ihr schon investiert hat, als Free XP zurückbekommen. Egal, also in meinem Fall ist es jetzt eben so, ich will euch das direkt an einem Beispiel zeigen. Ich habe den japanischen Flugzeugträger Hirio mit dem aktuellen, also dem alten Gameplay gespielt und ich habe hier nur den A-Rumpf, also den Standard-Rumpf. Und damit bekomme ich dann eben 4,19 Millionen Creditpunkte und das Modul Rumpf A wird entfernt und dafür bekomme ich nochmal 390.000 Creditpunkte. Da ich kein Modul B, also kein Rumpf B investiert habe, also weder erforscht noch gekauft habe, fällt das hier schon mal für mich alles weg. Ja, eigentlich fällt alles für mich weg, weil ich hier überhaupt noch nicht weiter geforscht hatte. Aber ich habe das überprüft. Diese XP, die man hier bekommt, entsprechen genau dem Gegenwert, die man sonst hätte investieren müssen. Auch die Creditkosten sind genau der Gegenwert, den man hätte investieren müssen. Und am Ende bekomme ich nochmal einen Bonus von 46.000 Free XP für den Forschungskostenunterschied zwischen Riju und Hirio, weil die Hirio jetzt in Zukunft ja nicht mehr verfügbar sein wird, sondern ich von der Riju direkt zur Shokaku muss. Ich bekomme alles, was ich an XP auf der Hirio habe, auf der Riju gutgeschrieben, plus die 46.000 Free XP und habe damit dann sozusagen einen Anfangsstart in Richtung dessen, was ich dann erforschen kann, also die Shokaku. So. Und dann geht es natürlich auch bei den ganzen Amerikanern. Also ihr könnt hier pro Tierstufe komplett durchlesen, was passiert, wenn ich die Tayo habe, was passiert, wenn ich die Hirio habe, was passiert, wenn ich die Tsuyu habe und so weiter und so fort. Und natürlich geht das auch bei den Amerikanern dementsprechend. Ich habe hier die Bobe, also kann man dann sich das hier komplett selbst durchlesen und durcharbeiten. Und ja, am Ende brauche ich jetzt hierauf gar nicht mehr ganz groß eingehen, weil man natürlich die ganzen Sachen dementsprechend ersetzt bekommt. Hat man Premium-Tarnung und solche ganzen Geschichten, werden einem die entweder in Dublonen erlassen oder auf der Tierstufe niedriger eine vergleichbare Tarnung eingebaut und verfügbar gemacht. Die Kapitäne werden zurückgesetzt. Ihr habt dann wieder, ihr habt automatisch einen angelernten Kapitän auf der Tierstufe da drunter. Also wenn ihr T7 seid, dann bekommt ihr für den T6-Träger einen angelernten Kapitän auf dem T6-Träger, der 19 oder wie viel Skillpunkte ihr dann gerade drauf hattet, zur Verfügung hat. Und die sind komplett nicht verskillt. Also die sind frei zu eurer Verfügung. Ja, das ist prinzipiell schon mal das, was man dazu sagen kann. Solltet ihr dazu noch Fragen haben, schreibt mir gerne in den Kommentar. Dann gehe ich natürlich gerne darauf ein und versuche euch diese Fragen natürlich zusätzlich zu beantworten. So, und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt. Ja, der nächste Punkt ist dann nämlich, sind die allgemeinen Regeln für Flugzeugträger. Ja, dazu hatte ich eben schon was gesagt. Ihr bekommt dann alles wieder gut geschrieben und zurückgesetzt und so weiter und so weiter. Hier geht es dann auch nochmal um die Tarnmuster für den Hellcarrier. Das war ja so eine Abwandlung für das Halloween-Event, Großer Gorgon und Nobilium. Da gab es dann auch nochmal Varianten mit den Tarnungen. Die werden dann entsprechend ummodelliert und auch entsprechend gutgeschrieben. So, wenn ihr die alten Premium-Flugzeugträger auf der Tierstufe 8 habt oder auf der Tierstufe 8 respektive 7 habt, werdet ihr sie in Zukunft auf Tierstufe 8 haben. Die ganzen gesammelten EP- und Kapitänsspezialisierung werden auch da quasi von Tierstufe 7 auf Tierstufe 8 nach oben verschoben. Also auch da verliert ihr nichts, sondern quasi gewinnt eigentlich sogar eine Tierstufe. Und ja, ihr müsst euch dann bloß an das neue Gameplay gewöhnen sozusagen. Was noch passieren wird, ist bei der Graf Zeppelin, da gibt es, wenn man so sagen will, einen kleinen Nerf. Ihr werdet die hydroakustische Suche komplett verlieren, weil die nämlich ausgebaut wird und das aber kostenlos. Also da können wir uns dann freuen, etwa dafür nicht noch Körlitz bezahlen, dass die Hydroakustik ausgebaut wird. So, dann geht's weiter. Und zwar werden auch Flugabwehrgeschütze bei den BBS, CA's und die D's alle ausgebaut. Also die Verbesserungen dessen werden ausgebaut, so dass ihr alles wieder neu einbauen könnt und müsst. Auch die Kapitänsfertigkeiten und ohne Spezialisierung auf Flugzeugträger, ja, werden dann zurückgesetzt. Also Kurvenkampfexperte und solche ganzen Geschichten, Notstart und so weiter. Alle die, die da irgendwo so was geskillt hatten, werden dann zurückgesetzt. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und als nächstes kommen wir dann schon zu dem Punkt, dass man sagen kann, ey, ich möchte meine Träger alle komplett zurückgeben. Und wie funktioniert die ganze Geschichte denn nochmal? Dazu kann ich euch das auf dem Test-Server ganz kurz zeigen. Wie wird es auf dem Live-Server funktionieren? Ihr könnt natürlich die Träger hier verkaufen, dann aber mit dem Malus, den ihr immer bezahlen müsst, wenn ihr wollt, ihr nur einen Anteil dessen wiederbekommen, was ihr ursprünglich bezahlt habt. Oder ihr geht eben, um alles wieder zu bekommen, also 100 Prozent. Hier oben auf euer Konto, klickt auf Inventar, wartet den Moment hier ab und könnt dann hier auf diesen Reiter klicken. Der ist jetzt hier noch in Russisch, der wird dann demnächst in Deutsch übersetzt sein. Und seht dann sofort eure ganzen Träger, die ihr hier verfügbar habt. Und dann seht ihr auch, was ihr bekommt, wenn ihr einen Träger verkauft. Nämlich 38 Millionen und 432.000 Free XP werden euch dafür gutgeschrieben. Hier sind sie Silber, aber nach meinem Kenntnisstand sind das Free XP, die euch da gutgeschrieben werden. Und so weiter. Ihr könnt aber nicht sagen, ey, ich habe noch die Langley im Hafen, ich verkaufe die Langley. Ey, ich habe noch die Ranger im Hafen, ich verkaufe die Ranger. Das läuft immer von oben nach unten. Also ihr müsst erst die Midway verkaufen, dann müsst ihr die Lexington verkaufen, dann die Ranger und dann die Langley. Ja, und so läuft es natürlich dann eben bei den japanischen Trägern auch. So, und hier sieht ihr noch nochmal alles komplett in der Übersicht. Was passiert mit den ganzen Dublonen oder mit den ganzen Sachen, die ihr halt aufgebaut habt. Möglicherweise, wenn ihr die hochstufigen verkauft, dann fällt das alles auf die Lexington. Und wenn ihr die Lexington verkauft, dann fällt es halt da weiter runter und so weiter und so weiter. Die ganzen Signalflaggen und so weiter. Alles, was eingebaut war, geht alles in euer Inventar und kann dann da weiterverkauft werden und so weiter. Aber wichtig bei der Hans-Nee-Geschichte ist, ihr könnt euch nur einmal Free XP und Credits dafür wiedergeben lassen. Denn solltet ihr diese Chiff dann wieder kaufen und euch dann wieder dazu entschließen, diese Chiff zu verkaufen, dann fallen die ganzen Punkte alle auf die T1-Schiffe zurück. Ja, das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Ihr habt einmal die Möglichkeit, den T10-Träger zu verkaufen, jetzt als Beispiel eure 38 Millionen einzustreichen und die Free XP zu bekommen. Beim nächsten Mal bekommt ihr aber nicht mehr die Free XP, sondern ihr bekommt die XP auf dem T1-Schiff des Trägerzweigs gutgeschrieben. Ja, auch wenn ihr einen T4-Träger verkauft, geht das alles auf das T1-Schiff. Steht hier auch alles nochmal haarklein drin. Ja, also da ist auch eine wichtige Sache. Solltet ihr permanente Tarnung für eure Schiffe haben, wie gesagt, gehen auch die in den vollen Preis der Duplonen zurück und ihr bekommt das als Duplonen gutgeschrieben. Und dann kommen wir zu dem ganz, ganz wichtigen Punkt. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier nicht auf alle Punkte einzelnen kleinen ein. Aktuell bekommt ihr, wenn ihr eure Premium Flugzeugträger verkauft, diese Anzahl an Duplonen wieder. Also 9.500, 14.000, 9.700 und 13.700. Das entspricht genau dem Duplonenwert, der aktuell die ursprünglich zum Verkauf angeboten war. In Zukunft wird es aber so sein, dass mit der Veröffentlichung von Update 082 diese Träger alle 14.000 Duplonen kosten werden. Das heißt, ihr solltet nicht vorschnell eure Premium Träger verkaufen, weil sie in Zukunft, auch wenn sie wieder zu beschaffen, um sie wieder zu beschaffen, mehr Duplonen nötig sind. Wie das dann ist, wenn man über den Support geht und sagt, oh, ich habe mich doch getäuscht, ich möchte meine Träger wieder haben und so eine Sachen. Also diese, man hat ja da so eine Möglichkeit, über den Support zu gehen. Ob das dann da auch so ist, dass man eben nur die 9.500, 9.700 oder so investieren muss, mag ich mal bezweifeln. Wollt die Kaga und die Saipan ja quasi in die Tierstufe aufrücken, auf T8 hoch und damit die Preise ja logischerweise andere sind. Also, ich hoffe jetzt, dass ihr mit diesem Video wieder noch ein bisschen was anfangen konntet, sodass ihr euch im Klaren seid, welche Nation vielleicht diejenige ist, die ihr anfangen wollt. Ist es für euch interessant, einen Premium Träger zu kaufen oder diese zu behalten? Oder sagt ihr, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das alles Müll ist, was Wargaming da macht? Wie gesagt, ich freue mich darüber, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt und ja, ihr könnt auch gerne konstruktive Vorschläge machen, wie immer. Bin ich dafür sehr offen. Wenn euch was nicht gefällt, macht einfach nicht den Daumen nach unten und geht, sondern schreibt mir einfach, was euch einfach nicht gefallen hat. Ihr müsst mir ja auch nicht Vorschläge machen, wie ich es ändern soll, sondern einfach nur sagen, pass auf, die Vorstellung, die war zu oberflächlich. Keine Ahnung. Ja, was auch immer ihr mir da sagen möchtet, macht es auf eine konstruktive und freundliche Art und Weise. Dann gehe ich auch ganz gerne damit um und überlege mir, wie ich es das nächste Mal vielleicht auch besser machen kann, wenn ihr das möchtet. Ja, sonst, wie gesagt, ich freue mich natürlich sehr über Daumen nach oben. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, auch über ein Abo. Empfehlt uns gerne weiter, wenn euch das Video gefallen hat oder die Videos, die wir auf dem Kanal anbieten, dann würde mich auch das sehr freuen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen guten Start in den nächsten Tag und ja, haut rein. Euer Seacourts Team, euer Maracher. Ciao, ciao. Seacourts.